Hallo ihr Lieben, ich melde mich von einer Fernsehproduktion. Ich darf aber noch nicht sagen, was es ist, nur dass es um die Trends für 2018 gehen wird. Jetzt geht es aber eigentlich um meinen YouTube-Kanal. Ich bin ja dabei, das Jahreshoroskop für euch zu drehen und jetzt ist das Jahreshoroskop für Jungfrauen schon online gegangen. Normalerweise warte ich ja immer, bis ich alle fertig habe, da bin ich ja so ein ordentlicher Steinbock. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde jetzt einfach alle die, die schon fertig sind, veröffentlichen. Vom Widder bis zum Skorpion. Und es ist halt sehr viel Arbeit, ich bin noch dabei, die anderen drehe ich noch morgen und übermorgen und die lade ich dann auch hoch, sobald sie fertig sind. Wollen wir das mal einfach so machen? Wir probieren das jetzt mal aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Jahreshoroskopen und wie gesagt, ich melde mich, sobald ich euch mehr über diese spannende Sendung sagen kann.